Willkommen zurück bei Titan Quest und weiter geht's. Die spartanischen Wälder mögen, möchten durchstreift werden. Nicht nur von gefräsigen Borstenviechern. Warte mal, hatten wir die Punkte schon ausgegeben? Ja, ne? Alles klar. Ach ja, genau. Wir hatten doch noch Prometheus Flamme, Dämonenblut, ne. Ich hab gedacht, wir hatten da noch mal was Neues bekommen, als wir in der Ruine waren im letzten Part. Ein Lager der Tiermenschen. Lass endlich mal ein paar anständige Waffen fallen. Eine blaue Waffe wäre natürlich was richtig fettes für den Anfang. Oder eine grüne wäre auch schon nicht schlecht. Hat mir sehr einen blauen Bogen, der direkt ganz mein Geld gegeben hat. Ja, der Sperr der Vernichtung. Jetzt kommt ein Sperr. Oh, guck mal. Hyperischer Kyras. Du hast keinen Platz mehr. Ach du Scheiße. 133 Stärke und Stufe 10. Ja, ich bekomme genau noch 24 Stärke, wenn ich jetzt alles in Stärke investiere, bis wir Stufe 10 sind. Das heißt, wir haben 110. Aber ein geiler Kyras ist es schon. Na, den können wir mal aufheben. Wird mal wieder Zeit für eine Teleportation. Na, Inventar ist echt wenig. Inventar ist echt wenig. Ich überlege gerade, damit wir nicht so oft hier zurück müssen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wie wichtig das Geld noch wird in dem Spiel. Entweder ich nehme halt nur noch das grüne und das blaue Zeug mit. Da fällt ja bisher nicht so viel. Deswegen würde das eine Weile dauern, bis wir dann wieder verkaufen müssen. Oder wir schon irgendwie in der nächsten Stadt wären. Das kommt alles weg. Aber halt die gelben Sachen, die bringen auch schon so um die 1000 Gold. Ja, okay, der hat da nichts anderes mehr. Welche Stufe sind die eigentlich? Stufe 3. Okay, Moment. Ich wollte noch was in das Inventar hier packen beim Karawanen. Ich kann deine Ladung leichter machen. Bis bald. Haha, bis bald. Stufe 3. Halt! Nanu! Nanu! Wo kommt denn der her? Telis lädt noch? Ich kann meinen Ohren kaum glauben. Ich hatte aufgegeben. Danke Krieger. Vielen Dank. Öh. Ja. Okay. War bloß eine Information anscheinend. Wir haben auch keine Aufgabe bekommen. Hatten auch keine mehr. Zumindest keine Nebenaufgabe für Telis oder wie die hieß. Na gut. Ich guck mir jetzt immer mal noch die gelben Sachen an, wenn das halt Sachen sind, die wir gebrauchen können. Irgendwelche neuen Äxtlschwerter oder was weiß ich. Ansonsten lasse ich das auch mal liegen. Damit wir hier dann nicht andauernd zurück müssen. Oh, hier. Oh, ein monströses Wildschwein. Scheiße. Stufe 10. Hätte ich vorher anklicken sollen. Ja. Zack. Auf den Hintern gehauen. Das ist so abgefahren. Also ich habe das Spiel damals deutlich weiter als hier noch gespielt. Ich kann mich hier dran aber auch schon null erinnern. Das ist komisch. Es gibt Spiele, die noch älter sind, wo ich mich an jeden kleinen, an jeden Meter erinnern kann. Komischerweise leider nicht so bei Titan Quest. Ich weiß halt nur noch, dass es sehr geil war. Aber das ist auch nicht verkehrt. Also wünsche ich mir bei manchen Spielen mal einfach das Gehör nochmal zu löschen und nochmal neu zu erleben. So auch bei einigen anderen Rollenspielen. Geht halt nicht. Muss halt die lokale Demenz her, wie in diesem Fall, damit das funktioniert. So, weg da. Kriege ich direkt Bock drauf, mir so eine griechische Dokumentation anzugucken über Mythen und Sagen. Trifft er gleich zwei damit? Ne, ne. Oh. Eiltrank. Da war ein dicker dabei. Da kommt jetzt bald um. Einen Filter wäre nicht schlecht. Vielleicht gibt es dafür eine Mod, dass mir halt nur noch ab der Stufe selten oder so Gegenstände angezeigt werden. Nicht mehr alles. Na ja, da war noch eine Truhe. So. So. Ruhe hier. Ach. Hier noch irgendwo ein Boss? Bleib. Ah. Das Feuer macht auch guten Schaden. Halt. Zack. Also es geht da oben lang. Ich vermute mal, da ist... Ah, da kommt auch so ein Brunnen. Da geht es hauptsächlich weiter. Hier hinten war noch so ein kleiner Nebengang. Dann schauen wir uns erst mal das hier an. Das wird auch irgendwie Tag und Nacht, ne? Das gibt es hier oben eigentlich noch Multiplayer und das ist noch ausgegraut. Uh. Insektuiden. Kleine Spinnlein. Lassen Geld fallen. Da. Kopf veraxt. Welchen Level? Neunund... Ach ne. Verarschen oder was? Stärke 99. Hau ab. Pfff. Stärke 99. Oh, gibt es aber viele Spinnen. Okay, die sind auch... Stufe 4, Stufe 6 war die eine. Oh, da oben gibt es noch eine Höhle. Ah, hier hat noch kleiner. Zack. Weitere. Was ist das? Maier. Ich bin hier. Los geht's nicht mehr. Wirklich. Saw. Zuhause. Ich bin hier. Ich bin hier. Robert ist da. Ich bin hier. Wirklich. Wirklich. das Geräusch wenn ich die Sachen hier automatisch einsammeln lassen wie Geld oder oder halt die Heiltränke das klingt auch immer so ein bisschen lieblos so es knackt dann wie wenn er hier zuschlägt das klingt ähnlich so Rainer komm wo ist die fette Mama Spinne Wildschweinhaut elektrostatischer Bogen kalter Speer ein bisschen können wir mitnehmen muss ja nicht alles liegen lassen ein bisschen Heilung wäre nicht verkehrt ein knuspenarm Panzer oh Level ab Stufe 8 zweite Meisterschaft ab Stufe 8 schon ich hatte es ja schon mal erwähnt mir war noch so oh ein Streitkolben der Muskelkraft ja geil 15 bis 31 plus 6 Stärke oh hier können wir mal zusammenfügen die gehören nicht zusammen das ist natürlich nicht verkehrt das macht so viel aus okay da muss erstmal eine Verzauberung drauf aber nicht schlecht mal eine schöne Waffe gefunden die wir auch wirklich mal gebrauchen könnten die macht schon mehr Schaden also die Verzauberung die sind halt echt nicht verkehrt ich weiß nicht ob ich die runterkriege von den alten Waffen ob man die entzaubern kann bei der Verzauberung können wir mal probieren so ah ja genau zweite Meisterschaft schauen wir gleich mal erst mal hier ich gehe jetzt hier mal auf Stärke das werden wir wahrscheinlich immer öfter brauchen ja und hier könnten wir jetzt die zweite Meisterschaft die dann parallel läuft wählen oh das ist halt schwierig was ist denn Träume indem er Kraft aus der Traumwelt bezieht kann der Seher die Willenskraft nutzen um das Schlachtfeld zu dominieren die geheime Werke von Psyche Zeit und Realität sind nur Spielsachen für jene die das Geheimnis des Geistes gemeistert haben Natur ist halt hier Heilung und alles eine Welle aus heilender Energie stellt bei einem Verbündeten auf einen auf den man zählt zügig das Leben wieder her würde das auch für mich zählen weil da steht ja bloß wieder Verbündeter was ist das hier ruft der Wildnis beschwört einen wölfischen Begleiter der dem Charakter im Kampf hilft in höheren Stufen können auch mehrere Wölfe zugleich kontrolliert werden Verteidigung ich habe keinen Plan echt nicht vielleicht noch irgendwie Feuer Zauber oder was dazu wir bleiben erstmal hierbei ich brauche noch sechs Punkte nenne ich ganz vier noch um hier in den Baum zu kommen was war das hier selbst die stabilste Rüstung hat ihre Schwachstelle der beste Weg am Leben zu bleiben ist nicht getroffen zu werden ausgriffe ausweichen das wäre natürlich auch nicht verkehrt mach mal hier zwei rein und ich gebe noch eins für ach die Aktivierungswahrscheinlichkeit erhöht sich gar nicht bloß der Schaden von 8 auf 14 ach komm was solls wird schon richtig sein ich finde es aber gut dass man in dem Spiel ein bisschen hin und her zoomen kann gerade bei Diablo da hat mich das eine ganze Weile so ein bisschen auf dem PC hauptsächlich gestört dass es gar nicht ging malzeit meine spartanischen Kumpel Tegea da gibt es einen Händler halten wir mal als erstes bei ihm früher habe ich Flüge und Sensen an Bauern verkauft aber seit die Monster da sind verkaufe ich mehr Schwerter und Schilde Beinschienen und Speere der hat auch schöne Streitkolben kosten auch dementsprechend hat er auch so ach was ist das ach hier so eine Schriftrolle des Klingenrades schickt eine vernichtende Salve Klingen in alle Richtungen sind das die Dinger die ich beim Verzauberer reinpacken kann nee keine Ahnung ach die sind wieder langsam deswegen zeigt er mir weniger Schaden an wenn ich den anlege weil die von der Geschwindigkeit her langsam sind aber das gefällt mir eigentlich schon mit denen hier die brauchen alle bloß Spieler Stufe 3 was ist denn da los mögen die Götter dich anlächeln das sind wahrscheinlich größere Stufen nicht Stufe 3 Stufe 5 Stufe 7 Stufe 9 oder so sondern Stufe 3 Stufe 10 oder so vielleicht was die Waffen angeht das Wasser in unserem Dorf ist schlecht geworden es ist vorgestern passiert nachdem der erste Satyr gesichtet wurde meine Schwester wurde übel und dann meinem Nachbarn eine vergiftete Quelle okay eine Nebenaufgabe gibt es noch mehr ich finde es auch gut dass man hier nicht so ewig viele Dialoge anhören muss in einigen Spielen gefällt mir das sehr sehr gut in anderen wie in solchen hier eher weniger so eine kurze knackige Aussage das reicht dann schon aus und dann geht das weiter ich würde mich eigentlich noch ein bisschen im Dorf umsehen das wird gleich wieder Tag dann können wir uns da auch wieder ferne können wir uns auch wieder auf den Weg machen Tipps, Tipps gibt es noch jemanden mit einem Problem oder jemand der gerne ein Problem hätte da geht es auch wieder raus aus so ein kleines Dorf aber nett gemacht ne oh hier oben Arcadia da kommen die Zombies rein das ist bloß die eine Aufgabe wenn der Typ hier steht dann gehen wir mal hier oben raus oh Chettin also noch machen die ja ganz guten Schaden eigentlich das sind jetzt auch bloß wieder die Panzer die sind aber meistens auch Rotz könnte ich auch so einen grauen Gegenstand anlegen zumindest war das bisher so der Fall ein auszehrendes Beil ein auszehrendes Beil das klingt wieder so klingt wieder so zauberhaft 163 Stärke oh Leute Stufe 14 hört ihr mich verarschen oder was bin ich doch noch lange nicht was macht denn die hier Geschwindigkeit normal ne ist auch nicht gut auch nicht was Todesweber Einstoß das ist doch nochmal ne andere Farbe ist das schon legendär oder was kann ich mir gar nicht vorstellen Stufe 7 obwohl 33 bis 48 Giftschaden für 3 Sekunden 5% Wahrscheinlichkeit für 254% Giftschaden und 15 Lebensentzug also schlecht ist das Ding nicht 82 Geschicklichkeit wie viel haben wir? 66 Mist okay das ist nicht schlecht ha wen haben wir denn hier? Nanu hallo eine Wassernymphe sterblicher ich bin eine Naiade der Geist dieser Quelle Pegea werde ich genannt mein Wasser wurde verseucht und ich bin krank wilde Spinnen sind gekommen um in meiner Höhle bei der Quelle zu wohnen Sie sind der Grund für das Gift alles klar eine vergiftete Quelle habe ich jetzt zweimal die Aufgaben bekommen? nö gehört zu der Aufgabe dazu die stinkende Höhle okay also wir haben unser Zuhause gefunden okay Sperr der Fähigkeit wir können ja erstmal mitnehmen wenn wir dann irgendwann irgendwo mal blaue Sachen finden dann tauschen wir die einfach aus im Inventar also ich nehme jetzt auch die gelben Sachen wieder mit bis es halt voll ist und wenn dann irgendwo was sinnvolleres droppt dann tausche ich das aus und ich gehe dann aber nicht direkt zurück so wie das Inventar voll ist das wollte ich noch mal sagen so die ist ein bisschen größer die Höhle das gefällt mir ein Gift-Sack ich überlege immer noch ob ich den einen Kolben mal in die Hand nehme aber wenn er wieder so langsam ist und eine verzierte Truhe zwei Heiltränke äh äh gelb äh zwei Schilder am besten dann nur Sperre die nehmen nicht ganz so viel Platz weg so na wo ist eure Mutti Spinne die hat die Quelle vergiftet Moment ich komme gleich wieder so uuuug Ohhhhhh die waren gut mit Gift je shit so kleine war dass die hat nicht so viel ausgehalten die beursachen auch nicht so viel schaden ich hau zu mit beiden fäusten mit beiden händen beiden kleinen äxten ja todesweberbeinstoß noch mal des schülers barbaren schild hoch jetzt noch ein streitkolben dabei die anderen dinge hast keinen platz ja ich habe keinen platz mehr sind halt hier auch sachen zum anlegen die wir nicht brauchen noch mal das ist schon geil stufe 8 hätten wir sogar 82 geschicklichkeit beide 106 stärke braucht er hier auch 17 bis 32 schaden naja oder kommt noch mehr sind ja schon elite die gegner dass mich mal los hier auszerren des kopis das ist das denn gibt sagt meiner du hast keinen platz mehr muss kein platz mehr beiden schilder raus warum denn für ein schwert oder oder ein säbel ist das wahrscheinlich geschicklichkeit verdammt okay ich kann mich nicht bewegen giftiges beil der vernichtung das klingt gut da war es doch schon dein gepäck ist voll 15 bis 26 könnten wir das mit dem blitzschaden ersetzen ich kann auch hier einmal gibt zusammen mehr 18 gift schaden für drei sekunden dürfte besser sein oh ja noch mehr kannst du nicht halten jetzt hör aber auf dann kann das halt dadurch dass es hier drei und dann nur noch zwei frei sind so ein bisschen schlecht zusammenschieben die sind schon nicht schlecht okay das waren dann wahrscheinlich so ein paar elite spinnen die schon ganz gut guten loot dabei hatten und die nebenaufgabe dürfte damit auch erledigt sein schauen wir uns trotzdem noch weiter um ist ja noch ein paar gegner prometheus flamme super beinschutz der flinkheit kurzschwert der erkenntnis noch mehr kannst du nicht tragen oh warte mal elektrostatisches beil ach so das ist das was ich gerade weggehauen habe beinschutz der wiederherstellung das war das blaue oder ja nö nö ok gibt es noch ein paar ja warte dürfte noch kommen ach das ist jetzt hier dieses ding was ein paar prozent hat zum auslösen jetzt habe ich das mitgekriegt was das gelbe hier ist genau kampfwut ja hier sind noch ein paar vielleicht noch mal ein paar von den elitenspinnen lagtsperr der flinkheit großhelm der flinkheit halt perlen der energie 38 energie ah dafür sind die hier unten alles klar ach so die perlen und die amulette kommt noch rein gut zu wissen jetzt weiß ich auch wo die perlen hinkommen die ich schon beim beim verkäufer gesehen habe so das war es doch oder ja dann gehen wir mal zurück und geben die aufgabe ab du hast das gift aus der höhle beseitigt mein wasser wird wieder klar und sauber fließen du hast 75 gesundheit habe ich die jetzt oben drauf bekommen geil ja ey das ist ja nett vielen dank wie äußerst hilfreich und freundlich von euch wassernympfe ja hier sind wir richtig geben wir das wieder ab hier oben bei dem noch und dann verkaufen wir noch das zeug dank dir ist das wasser der quelle wieder sauber und zum trinken geeignet im dorf werden die alle dankbar sein okay ich kann das anscheinend bloß einmal abgeben diese schilde sind ziemlich robust die beiden dinge sind halt echt nice die wir hier gefunden haben 10.000 bringt da eins beziehungsweise es ist eine 82 geschicklichkeit das kriege ich nicht hingebogen schade aber die beiden dinge können wir mal aufheben lebewohl eine reihe wenigstens noch eine reihe dass ich jetzt zwei untereinander packen kann das wäre nett ich hoffe das kann man auch ein bisschen erweitern so da dürfte es das hier gewesen sein gut dann machen wir hier feierabend für heute ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit wünsche euch noch einen schönen tag und haut rein bis zum nächsten mal ciao